Moin Sen, liebe Community und damit herzlich willkommen zum Video. In diesem Video möchte ich euch einige Makros vorstellen, die es wahnsinnig in sich haben. Doch bevor wir zu den Makros kommen, möchte ich mit euch über meine Gilde Chalwand Army auf dem Server Blackrock Horde Seite sprechen. Und zwar habe ich euch hier den guten Lights eingeblendet. Lights, der verwaltet das Ganze. Solltet ihr Fragen haben oder möchtet ihr der Gilde beitreten, dann wendet euch an Lights. Hier ist ein Battle Tag. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Wir möchten eine sehr, sehr große Gilde werden, wo wirklich jeder seinesgleichen findet. Ob wir nun letztendlich zusammen raiden, Mythic Plus laufen, PvP, jeder soll seinesgleichen finden. Und mich würde es wahnsinnig freuen, wenn auch du beitrittst. Vielen, vielen lieben Dank. Lasst uns weitermachen und lasst uns auch direkt rein starten in die Makros. Los geht's. Fangen wir an mit dem ganz, ganz stinknormalen Burst Makro. Das stinknormale Burst Makro. Es ist total einfach. Ich schreibe Schrägstrich, wir wirken. Benutzt euren Cooldown. Sei es nun jetzt letztendlich beim Krieger Avatar oder Tollkühnheit. Oder beim Hexer Finstere Seele, beim Jäger Volltreffer. Ganz egal. Oder beim Mönch, den Tiger. Das bleibt euch überlassen. Euren Burst Cooldown macht ihr dort rein. Schräg, schräg wirken. Euren Cooldown. Bei mir ist es jetzt hier die Tollkühnheit. Und dann benutzt ihr noch ein Schmuckstück dazu. Sobald, insofern ihr habt, benutzt ihr noch ein Schmuckstück. Bei mir ist es jetzt hier, Moment, bei mir ist es jetzt hier gerade das PvP-Schmuckstück. Und ja, genau. Ich benutze auch meine Volksfähigkeit dazu. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt da noch so Schmuckstücke, also so ein Schmuckstück Spielzeug mit einbauen. So sieht dann dann sehr, sehr cool aus. So, ich zeige euch das jetzt einfach mal hier anhand des Beispiels des Kriegers. Zack, so sieht das Ganze dann aus. Wenn ich meinen Burst zähne, dann sieht mein Krieger so aus. Hier habe ich gleich nochmal die Schmuckstücke drin, meine Burst Cooldowns. Zack, zack. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Fläschchen da mit reinbauen, einen Trank. Das bleibt allerdings euch überlassen, ob ihr nun letztendlich wirklich prepotten wollt oder nicht. Ja, lasst uns mal weitermachen mit dem nächsten Makro. Weiter geht's mit dem AddCursor-Makro. Das AddCursor-Makro ist wirklich wahnsinnig hilfreich, ganz egal auf welcher Klasse. Ob ihr jetzt nun letztendlich Ehle-Schamane spielt, Todesritter oder ich zeige euch das jetzt hier anhand des Jägers. Das könnt ihr selbst als Krieger mit dem heldenschmerhaften Spuren kombinieren. Genau, so, passt auf. Und zwar Hashtag Show-Tool-Tipp Leuchtfeuer zum Beispiel. Wirken AddCursor-Leuchtfeuer. Das heißt, ich beziehe erstmal das Leuchtfeuer hier ganz normal in die Leiste. Ihr habt beim ganz, ganz normalen Cast hier vorne die grüne Fläche. Und dann könntet ihr das so ablegen. Das sparen wir uns aber, indem wir einfach dieses AddCursor-Makro benutzen. Und dann wird das direkt beim Cursor hingelegt. Das heißt, ihr spart euch diesen Bestätigungsklick. Und das ist halt nochmal ein bisschen Zeit. Und ich finde das halt vor allem sehr, sehr gut, auch hier für eine Teer-Falle oder für eine Eis-Falle. Zack, ab ist eine Eis-Falle, ohne dass ich jetzt halt mit dem Cursor bestätigen muss. Und das sind Makros, die sind wirklich wahnsinnig stark. Und dazu zeige ich euch nochmal eine Mod. Dafür wechsle ich mal eben auf meinem Decay. Bis gleich. Zurück auf dem Todesritter und lasst uns jetzt mal zur Mod kommen. Die Mod, die ist wahnsinnig hilfreich. Das ist ein Makro. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr jetzt nur mit Alt, Steuerung oder Shift z.B. das Tod und Verfall, AddCursor macht. Oder ihr legt das Tod und Verfall direkt unter euch. Das heißt, AddPlayer. Das ist wie von Paladin eine Weihe, die ihr einfach direkt unter euch legt, ohne dass ihr diesen Bestätigungsklick machen müsst, damit ihr diesen grünen Balken, den habt ihr dann nicht mehr. Bei dem AddPlayer-Makro. Bei dem AddCursor-Makro schon. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal hier. Schrägstriche wirken, Klammer auf, Mod, Alt, AddCursor, Klammer zu, Tod und Verfall, Komma, AddPlayer, also Klammer auf, AddPlayer, Klammer zu, Tod und Verfall und hier zwischen, da kommt ein Doppelpunkt. Genau. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Wenn ich jetzt Alt und 1 drücke, dann habe ich jetzt hier die Mod. Das Tod und Verfall, das könnte ich dann so hinlegen, wenn ich jetzt mal gut platzieren möchte oder irgendwo an einem besonderen Platz platzieren möchte, dann habt ihr hier diese Mod. Und das könnt ihr halt auf jeden Fall auch mit Shift oder Steuerung kombinieren. Da müsst ihr nicht unbedingt Alt reinschreiben. Das Ganze ist natürlich klassenübergreifend. Ob ihr das nun letztendlich auf einen Krieger macht mit eurem heldenhaften Sprung, auf einen Dämonenjäger-Tank, um halt euren Sprung direkt unter euch zu machen, um den nicht immer zu platzieren. Oder dann halt letztendlich auf einen Jäger mit der Eisfalle oder mit der Flair. Je nachdem. Oder auf dem Ele-Schaman. Das bleibt ganz euch überlassen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr diese Makros verwendet. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. So, diese andere Sache ist jetzt halt hier dieses einmal mit dem Alt, das Mod. Und einmal... Jetzt hat er sich hier gedreht, der Gute. Und jetzt drücke ich einfach mal nur 1. Ja, mein Cursor, der ist hier oben auf der Karte. Das ist ganz egal, wo ihr den Cursor habt. Ich drücke jetzt einfach mal die 1 und ihr seht, ich mache das Tod und Verfall direkt unter mir. Das ist wie vom Paladin eine Weihe. Also total simpel und für einen Todesritter besonders sehr, sehr stark. Lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Makro. Weiter geht es mit dem Fokus-Makro. Ja, ich habe hier insgesamt 2 Makros, die ich euch zeigen möchte. Zum ersten einmal ein Mouse-Over-Makro, sodass ihr Ziele Mouse-Over in den Fokus nehmen könnt. Zur Verdeutlichung habe ich jetzt hier einmal einen Totenkopf drüber gemacht. Und hier ein X. Genau, ich zeige euch das Ganze jetzt einmal. Ich lösche jetzt hier mal meinen Fokus und ich nehme jetzt meinen Cursor. Gehe jetzt mal hier Mouse-Over über das X und drücke mal jetzt bei mir, das ist die Taste 4, das Makro. Die Taste 4 und habe jetzt X im Fokus. Ich könnte jetzt auch hier den Boss in den Fokus nehmen oder Totenkopf. Das bleibt ganz herzlich euch überlassen. Und genau, lasst uns mal schauen, wie das Makro aussieht. Das Makro sieht nämlich so wie folgt aus. Wie gesagt, alle Makros, die fehlt ihr in der Videobeschreibung. Die könnt ihr einfach kopieren. Das Makro wäre ein Schrägstrich-Fokus, Klammer auf, Add Mouse-Over, Komma exist, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Könnt ihr einfach aus der Videobeschreibung kopieren. Und finde ich unglaublich hilfreich. Sowohl im PvE als auch im PvP. In der Dungeon zum Beispiel könnt ihr dann einfach via 4 euer Fokus wechseln und sagen, Hey, komm, ich unterbreche dieses Ziel, du unterbrechst dieses Ziel mit Discord oder sonstiges, wäre es auf jeden Fall gar kein Problem, sich dort eben schnell abzusprechen. Oder ich schreibe durch Makro, ich unterbreche X. Ja, Schrägstrich S, ich unterbreche X. Genau, das ist das. Genau, da können wir einfach schnell abkommen. Jetzt Schrägstrich S. Und dann, ich müsste jetzt hier den Punkt vorschreiben. Punkt Schrägstrich S. Ich unterbreche X. Ja, wenn ich jetzt noch schreiben könnte, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genau, so, lass uns mal weitermachen hier mit dem Fokus-Makro. Kommen wir nun letztendlich zu dem zweiten Makro. Und das wäre dann ein Schrägstrich wirken, Klammer auf, add Fokus, Klammer zu, Windstoß. Ja, ganz, ganz simpel. Wir nehmen jetzt mal an, X ist unser Tag, wo wir Schaden drauf machen. Ich mache jetzt die Lava-Eruption auf X. Zack, mache meine Damage-Zauber. Und, oh nein, X castet irgendwie einen besonderen Heilzauber. Der muss unterbrochen werden. Aber ich möchte gerne noch weiter Schaden machen. Also mache ich das Ganze via Fokus. Und jetzt habe ich via Fokus, wie ihr hier gesehen habt, mit der kleinen Animation unterbrochen. Um euch das Ganze noch einmal zu verdeutlichen, kann ich jetzt hier auch einfach mal einen Blitzschlag reinmachen. Ja, ich mache hier einfach mal schnell so zack einen Blitzschlag rein. Und dann kann ich euch nämlich hier den Kettenblitzschlag nehmen jetzt hier rein. Zack. So, jetzt seht ihr hier unten, das Icon hat sich geändert. Das F ist jetzt zu einem Kettenblitzschlag geworden. Ich habe jetzt niemanden im Ziel und mache jetzt einfach auf meinen X einen Kettenblitzschlag. Und dasselbe macht ihr einfach mit dem Unterbrechen. Da könnt ihr letztendlich alle Zaubereien machen, die ihr wollt. Ja, das bleibt ganz euch überlassen. Und lasst uns mal weitermachen mit dem nächsten Makro. So, kommen wir nun mal zu einem ganz, ganz simplen Makro. Zu einem ganz, ganz simplen Makro. Aber das ist unglaublich nützlich. Ob ihr das nun jetzt letztendlich in der Dungeon benutzt, in Arena oder wo auch immer. Das bleibt euch überlassen, ja. Und zwar den Befehl. Den könnt ihr selber schreiben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Schrägstriche wirken at Party1 Target Kettenblitzschlag. Ja. Das heißt, ich würde jetzt auf das Ziel von dem Gruppenmitglied 1 würde ich jetzt einen Kettenblitzschlag machen. Ja. Ihr könnt das Ganze auch ändern, indem ihr zum Beispiel hier reinschreibt. Moment. Zack. At Fokus Target Kettenblitzschlag. Ja. Oder Add. Und dann schreibt ihr den Namen von eurem Tank dort rein. Das ist für Heiler unglaublich hilfreich. Ja. Weil genau das Ganze zeige ich euch jetzt nämlich mit dem Fokus. Ich nehme jetzt hier diesen Dude hier. Der steht hier gerade so gut in den Fokus. Habe ihn hier unten im Fokus. Gucke mich jetzt selber an. Und drücke mal das Makro. Und seht ihr? Ich caste Kettenblitzschlag. Und ich mache den Kettenblitzschlag auf das Ziel von meinem Fokus. Seht ihr das? Und das ist unglaublich hilfreich. Unglaublich hilfreich für Heiler. Ja. Und wie gesagt, das packe ich euch in die Videobeschreibung. Lasst uns weitermachen mit dem nächsten Makro. Okay. Kommen wir nun zum nächsten Makro. Und das nächste Makro, das ist ein defensives Makro. Ein defensives Makro. Und das könnt ihr euch für jede Klasse schreiben. Ich zeige euch das jetzt hier anhand des Kriegers. Und mit dem ansporenden Schrei. Hier oben kommt euer defensiver Cooldown rein. Das könnt ihr mit dem Hashtag Showtooltipp euch nochmal anzeigen lassen. Ich mache es meistens nicht. Könnt ihr aber auch machen. Das ist gar kein Problem. Könnt ihr auch mit allen Makros, die ich euch da vorgezeigt habe, machen. Ja. Dann kommt hier rein. Schrägstrich. Wirken. Anspornender Schrei. Oder letztendlich euer defensiver Cooldown. Ob es so vom Paladin die Bubble ist. Oder was auch immer. Das bleibt ganz euch überlassen. Oder irgendein anderer defensiver Cooldown, der den Schaden reduziert. Und dann macht ihr Schrägstrich Wirken. Euren defensiven Cooldown. Schrägstrich benutzen. Gesundheitsstein. Schrägstrich benutzen. Wenn ihr habt, noch einen Trinket. Hier bei mir auf dem Krieger ist es dann jetzt mein defensives Trinket, was ich gegen eine Doppel-DD-Kommung benutze. Im PvE würde das hier keinen Einsatz finden. Da swap ich dann auf mein Tempo-Schmuckstück. Aber das könnt ihr hier so mit einbauen. Und dann benutzt ihr alle Cooldowns gleichzeitig. Und mit einem anspornenden Schrei ist das Ganze natürlich sehr, sehr nützlich. In Kombination mit dem Gesundheitsstein. Das ist wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr nützlich. Ich habe hier unten noch eine kleine Abklingzeit. Und dann zeige ich euch das Ganze. Ich habe auch gar keinen Gesundheitsstein dabei. Aber das ist egal. Schaut mal hier unten. Ich drücke jetzt STRG plus 2. Und habe hier oben mein anspornenden Schrei aktiv. Und das Emblem. Das heißt, meine maximale Gesundheit wird nochmal um 14.000 erhöht. Und hier nochmal um 20%. Und das in Kombination mit einem Gesundheitsstein. Leute, da habt ihr eine wahnsinnige Heilung mit dem Gesundheitsstein. Das ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Genau. Könnt ihr aber halt auch, wie gesagt, mit jedem beliebigen defensiven Cooldown kombinieren. Ja. Ob es jetzt hier nun letztendlich die wütende Regeneration ist. Oder ein anderer Cooldown von einer anderen Klasse. Von eurer Klasse. Von eurer Main Klasse. Das bleibt ganz letztendlich euch verlassen. Ja. Gut. Und Leute. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier noch einmal zu einem Makro. Und das ist wahrscheinlich das Makro, was viele von euch sehen werden. Dazu werde ich allerdings nochmal einen gesonderten Guide machen. Ich werde das jetzt hier nur ganz, ganz kurz einmal ansprechen. Und zwar ist es das Cast-Sequenz-Makro. Okay, kommen wir nun zum Cast-Sequenz-Makro. Das Cast-Sequenz-Makro ist, würde ich jetzt so sagen, eine Aneinanderreihung von Fähigkeiten, womit ihr zum Beispiel eine Rotation bauen könnt. Ja. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier einfach mal an meinen Fury Trollolo. Damit habe ich meine Aufnahmen gemacht. Mein BG-Kommentary. Habe halt versucht, den meisten möglichen Burst aus dem Fururkrieg rauszuholen. Habe damit auch tatsächlich eine 64-K-Karte hinbekommen. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Jetzt geht es um das Cast-Sequenz-Makro. Und das zeige ich euch ja anhand dieses Makros. Ja. So, passt auf. Hier unten auf der 2 habe ich das jetzt drauf. Ihr schaut euch das Ganze jetzt einfach mal an. Jetzt habe ich hier schon meine Insignia equippt. War schon so PvP bereit. Und mache jetzt hier einfach mal die 2. Das Icon wird geändert. Jetzt kommt die Parkfähigkeit. Zack. Und danach kommt das nächste Icon. In jedem meiner Klassenguides werde ich euch zu der Klasse so ein Makro schreiben, dass ihr halt einen wahnsinnigen Burst hinbekommt. Oder halt letztendlich eine Endlos-Rotation. Ja. Das werden wir mal sehen. Wie das bei manchen Klassen klappt. Das ist einfach besser. Und bei manchen ist es halt einfach unglaublich schwierig, so ein Endlos-Makro zu schreiben. Allerdings werde ich euch auf jeden Fall für jede Klasse mindestens ein Makro schreiben. Und zu den Klassenguides-Makro, da werde ich nochmal ein gesondertes Video zu machen. Denn um das Ganze zu erklären, es bedarf doch noch ein wenig Zeit. Und ich denke mal, ein separates Video für das Klassenguides-Makro wäre die beste Lösung. Ich bedanke mich auf jeden Fall wahnsinnig bei euch. Lasst mir ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Meine rechte Hand, Ivo, die freut sich über Anfragen bezüglich der Gilde. Und tretet sehr, sehr gerne bei der Chalwan-Army auf Blackrock. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Peace. .